Geht gar nicht, dass wir hier leben. Ach komm schon. Das sind Stromleitungen. Entspann dich. Ich spüre schon, wie sich Tumore bilden. Ihr kriegt niemand einen Tumor. Mom, es gibt eine Küche. Oh wow, okay. Wenn die mein Zimmer ansehen. Schön langsam bitte. Ich habe einen hochmotivierten Verkäufer. Willst du einen Trick sehen? Was für ein Trick? Mom, wir wollen das Haus. Ich glaube langsam. Geht's aufwärts. Sieht aus, als kommt ein Sturm. Fühl dich nicht auf wie ein Baby, Griffin. Ich habe keine Angst. Wie willst du herkommen? Mit wem redest du? Maddy! Madison! An wen sollten wir uns sonst wenden? Es war richtig, zu uns zu kommen. Wir haben es hier anscheinend nicht mit einem klassischen Fluch zu tun. Ich habe etwas derartiges noch nie gesehen. Das ist ein neuer, sehr viel stärkerer Poltergeist. Maddy? Du musst sofort zu uns zurückkommen, Schatz. Befreit eure Seelen. Sie wissen bereits, was euch Angst macht. Gebt diese Familie frei! Verlasse dieses Haus! Irgendwas stimmt nicht, Mom. So ist das! So ist das. So ist das. So ist das. Derlaus